ja genau servus leute wir ja genau warum wir erstmal ganz kurz willkommen zu einer neuen let's play let's play ja richtig und nicht alleine sondern stelle ich vor mit mir filz insta 64 ganz richtig genau sagen will sein bruder richtig und zwar hier super mario wie heißt es sein hier sorry mensch für das ganze heißt 5.0 neo blue oder wie das heißt ich habe keine ahnung mehr blue haben wir gerade gesehen ja in den ersten sekunden ich weiß nicht wie viele sterne hat dieser heck ich könnte auch gucken ein paar auf jeden fall ja das ist ja auf jeden fall raus genau genau das finden wir alles ja genau alles gut ja ich würde sagen wir gehen erst mal rein oder und dann wenn du das ja genau ja jetzt sind wir drin doch schon mal was gut ich habe keine ahnung ich habe sicher 5.0 war da mal ich habe es ja genau ich habe ich sehe fünf nur also ich sehe es ja dann dann was da mensch 5.0 das ist es richtig ja tatsächlich das ist noch einmal aufgehübscht genau ja ich weiß nicht wie wir sie wissen wir dazu gekommen ist ja einfach zu machen zu zweit und wie wollen wir das überhaupt zu zweit machen ich meine spieler gerade alleine ja das werde ich alles gleich erklären sobald ich die sterne gefunden habe star event genau währenddessen kann ich mal kurz sagen er schaut geradezu ja gerade suche ich die sterne naja aber währenddessen quasi schaut er zu wie ich jetzt spiele den ersten part und ja über bildschirmübertragung geradezu so über disco genau so diese kleinen gummas sind echt ätzend ich kann auch gleich mal eine info geben wenn ich das darf wie es auch in der offiziellen ritmi steht das ganze hier ist ein remake von star event 0.5 0.5 hieß anjus levels bis jetzt bin komplett komplett neu gemacht und es gibt auch neue levels also 65 sterne die man finden kann es sollte nicht allzu schwer sein ich liebe diese münzen diese münzen die sind sehr sehr speziell muss ich sagen vom außen her ja 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 fünfeckig ganz interessant ah ja da ist sogar noch eine sterne da da sie so dieses geht ja du sollst super skills an jeden fall könnte ich dir sagen in welchem level wieviel sterne sind also also es gibt es tatsächlich ich mache die mal nebenherd auf das heißt ich wollte ist relevant sein ja doch das ist eine box irgendwie und weißt du irgendwie schaut mir das hier so ich glaube da kommst du so nicht hoch weil da konnte man damals auch schon nicht hoch ja wenn ich was sehen würde ganz ehrlich erklärt du mal währenddessen was wir jetzt genau ich erkläre während das alles gedacht also das läuft folgendermaßen ab ja wie ihr bestimmt bist wie wir dazu gekommen ist überhaupt das hier zu machen ist ja schon mal die ganz große preisfrage wie kam man jetzt darauf vor allem wenn du mal die ich weiß ja nicht er da schon gemeint kommt das auf seinen kanal überhaupt dann halbwegs gut an ob es sich gut ob das überhaupt sich verträgt mit seinen anderen projekt die idee kam tatsächlich von ihm denn ich habe vorher seit kurzem habe ich auch ein zugelder mit dem lieben marse gamer umlaufen und seinen kanal die idee gekommen ganz gut warum sein kanal ist also bei meinem kanal das wird es noch gleich erklären mit den videos und so sein kann alles wenn wir unten in der video beschreibung verlinkt genau also wenn der auf meinen kanal mal schauen möchtet was ich euch später auch noch dringend empfehlen werde ist der link in der video beschreibung zu finden also gut wir haben mal einfach beschlossen wir machen dass wir wollten dass er wollte das ja auch schon ewig einmal machen und sagt ja warum mit ganz machen auf jeden fall die werden wir das ganze together spielen ich meine es gibt ja auch so eine möglichkeit online das ganze zu machen allerdings finde ich das grätze wenn online mehrere gleichzeitig irgendwas rumfuschen da wird man nie fertig und so und vor allem hier hat man die möglichkeit wenn immer nur einer spielt dass der andere kommentieren kann allerdings wird nicht immer spielen und wir werden uns dann einfach nur abwechseln wer gerade spielt das ganze funktioniert eben bei 80 münzen sind es übrigens in dem heck es gibt 100 münzen stern und so also in dem fall 80 münzen ja genau 80 münzen sterne es ist mittlerweile in fast jedem star revenge so also 80 münzen und braucht in der regel auch nur sechs rote münzen ja und acht aber ich finde aber genau das war das es gibt noch eins wie werden wir das machen mit dem veröffentlichen denn immer der spielt der nimmt auf logisch und der letzt auch auf seinen kanal hoch das heißt wenn ihr alles sehen wollt abonniert mich und abonniert ihn das allererste video hier den allerersten part den veröffentlichen wir auf beiden kanälen damit alle mitbekommen und ab dem zweiten part wird es immer nur da veröffentlicht der es eben auch aufgenommen hat also schön aber in dem stil genau also wenn ihr alles sehen wollten nichts verpassen wollt empfehlen wir beide kanäle zu abonnieren und wenn ihr auch benachrichtigt werden wollt vielleicht auf euren smartphone auch die glocke zu aktivieren um auch gar nichts zu verpassen beziehungsweise was ist das ja das ist ein cool ein echt der wahnsinn ich muss sagen den kenne ich gar nicht ich auch nicht cool ist jetzt das ist ein wunderschönes level ich mag das das sieht so richtig schön aus gut der labert mit ich war eigentlich soweit fertig ja genau ach ja genau jeder von uns erstellt auch eine playlist und auch wenn zum beispiel ich nur die von mir aufgenommenen platz veröffentlicht auf meinem kanal werde ich auch seine videos in meiner playlist hinzufügen wo bekommt ihr halt die benachrichtigung mit das ist alles so schaut es aus aber also abonnieren das soll jetzt aber nicht so aufzwingend dringend sein geht fühlt euch nicht so aufdringend ich schätze mal das hat zwei sterne hier das ganze und kann ich glaube auch von ich habe keinen davon geschafft gut schlecht das würde mir der was wahrscheinlich sagen er sagt ihr wahrscheinlich die zeit macht sind schauen wir mal nach der zeit 24 sekunden ja vielleicht unter 24 sekunden oder innerhalb 24 sekunden hat doch unterhalb 24 zweimal also hier einmal also der rektor aufgestellt gut und wenn brote nur in anführungsstrichen 23,1 sekunden schafft dann schaffst du nur schwer unter 24 glaube ich ja wir versuchen das einfach mal gibt es ja irgendwie ja gut ausmacht da war es nicht mehr möglich gut ich würde sagen wir versuchen das ganze noch mal was kunden drüber ganz kurz bei mir muss ich noch sagen also ich habe hier eine facecam es wird bei ihm nicht so sein ich werde aber naja das siehst du jetzt nicht warum ich eigentlich oben lang ich weiß es nicht so genau bei mir wird bald ein greenscreen die folgenden parts kommen ja das ist nicht so gut wenn ich oben bin okay ich würde es noch mal versuchen das heißt die festgewehr dann noch angenehmer würde ich sagen jetzt gehe ich mal unten lang hier so los und meine leute es ist ja es ist eigentlich sind seit ihres gewohnt ich bin so doof gewohnt dass ziemlich viel geschnitten und alles ist aber 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 es ist ein display und die ist das anders und wir versuchen es noch mal ich werde fast nichts schneiden wenn es mal nötig ist oder so ja aber nicht wirklich viel genau so na wie geht es denn hier eigentlich so jetzt zum start des displays ja genau ich glaube es gewollt habe längst du an das scheiß münzen verdammt langsam langsam hopp haler weg rum zusammen ist das uns nicht so ein glück ich hätte noch zwei versuche gehabt das ist das schöne der macht trotzdem immer acht münzen hin damit man die chance hat dass man eine verkackt oder so oder allgemein was man eine nicht findet in dem in dem dings in einem level trotzdem acht münzen sagen wir es mal anders er hat vielleicht zehn gemacht allerdings was leichter das limit von wieviel man haben muss runterzusetzen weil mir glaube ich irgendwie ich weiß es gerade also untersetzen kann man das limit hochsetzen glaube ich nicht so einfach deswegen und man muss ja die münzen trotzdem im level platzieren also also sich gedacht na ja scheiße dann drückt sie halt gleich oben mit nein okay dann wieder das mit das minister das ist allerdings leichter ist aber so richtig richtig schön die zeit ist ja quasi nahezu unmöglich ach wie wenn man das machen ganz kurz schafft man schon hacken wie wenn man das machen ja das musste jetzt mal üben was für üben ich gebe dir hier nicht dran stoßen vielleicht ja genau nicht dran stoßen das ist quasi unmöglich das ist quasi unmöglich so geht ich würde sogar obenrum und dann einfach nur runter springen allerdings bevorste unten aufkommst hier einfach mit a oder wie das auch immer war dass der ist halber stück naja ich weiß schon genau mit der halbe kann fall schaden text und mit auf bereits können wir gucken hier soll jetzt oben lang schnell ja immer oben lang okay auf deine verantwortung auf meiner verantwortung das war jetzt nichts doch das geht sogar und ja genau perfekt ja ich bin noch langsamer oh warte mal nein das können wir das können wir schaffen es können wir schaffen das kann man das war jetzt tatsächlich knapp ja ich kann auch was jetzt so lang weitsprung machen weil da verlierst du schon wieder zeit eigentlich völlig gar nicht doch ein weitsprung auf die euro check ist verliesst du tatsächlich zeit nicht so hoch springen genau ja da hallo ich muss ein kommentieren was ist da los oder da bin ich jetzt weil das ist das ist das sicht das sicht schön aus oh ja aber wir hätten das geschafft will ich mir jetzt 16 minuten da können wir noch mal rein schnuppern oder freilich noch mal rein schnuppern geht auf alle fälle midnight forest wenn ich heute habe sie kris of the flower garden und dieser kurs hat sechs sterne wäre jetzt gedacht plus alt an 80 münster auch gott ist das schön so neu gemacht ich finde es klasse schaut ganz interessant aus weil ich kenne halt es gut ist dass die erste version von level und die neu gemachte die überarbeitete version vom level und das ist der wahnsinn das sieht halt wieder alles wie ich habe gesehen du hast du hast hier das was ich jetzt dann anfangen werde ja ich werde auch was anfangen ein eignis noch das hast du schon jetzt obwohl du gesagt hast eigentlich zu mir du hast das du kennst es gar nicht hier ist da wenn es nur galaxy of origins aus der menschen luft galaxy of origins habe ich erst die let's plate habe 21 prozent gesamt gebraucht alles so circa 25 minuten als 20 oder 28 maximal 1 2 x 35 aber wirklich nur eins ja ich habe gedacht du hast es gar nicht das zu mir gesagt du kennst es gar nicht nee das hier kenne ich nicht star revenge 5 galaxy des spiel diesen remake denn habe ich gar nicht spiel sie im leben und auch karlitz blick sehen das hier das neu gemachte ich habe nur ab und zu jeden produce streams von dem der heck übrigens ist download link in der beschreibung wer jetzt gedacht also link zum release video ja von dem er ist einmal im stream gleich schaut und das sah halt alles ziemlich geil aus aber wenn ich sie vergesse dann zu packen in die beschreibung das ist immer die voraussetzung das suche ich ja mal den link raus und schicken dann kannst du da schon mal hast so bei wann spring habe ich gemerkt ist es wirklich vom vorteil diese kamera übrigens glaube ich zu wissen dass man wenn man das wort corona sagt ja gut das zensieren muss muss man zensieren und auch ich hab dir mal den links wieder geschickt ja er hat was der zeit nebenbei ich muss sagen wir gehen ganz noch mal an irgendwie alter fall da bist du jetzt drin ist immer noch das erste level na klar ich bin das jetzt ist neu im ersten level bin ich in eine röhre rein das ist neu der bereich glaube ich werde ich mich nicht ihre es ist es ist ohne grund neu gemacht der herr auch gesagt es gibt neue level oder neuer bereich egal genau so da ist er da ist ein stern da ist einer stern du hast davon wie ich gut wie gut ich es gemacht habe oh ja so was ist schauen wir noch mal rein 20 minuten sind wir jetzt aber kann es noch reinschauen oder ich würde mal schauen in richtung 21 ja ich würde sagen wir machen da machen da mal einen cut ne genau machen wir mal einen kleinen cut so cut ok ja das heißt alles unten in der beschreibung abonniert uns um die videos zu sehen die folgenden das nächste wird jetzt nur auf pilzinsel kanal sein und das dann auch folgende wieder nur hier genau immer wechsel ja genau was schreibst du denn jetzt so fähig bin ich auch noch dass ich dann ging es zu meinem kanal denn geht er nicht aufgelistet dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und tschau